hallo taschmesser freunde und herzlich willkommen zur allabendlichen gc party heute wieder in 488 117 northfield unxl die richtig schön wieder an so einem braun dunkelbraun hellbraun ton messing pins neue silberbacken messing platin stahlfeder alles wieder wunderbar aufeinander abgeschliffen und hier man sieht doch schon diese superschöne schlanke klinge sitzt wirklich ganz flach hier drin also nicht irgendwie so buckel der großartig aufbauen würde also ein schönes gentleman es gibt scheint das auch im dünsten etui platz in einer selbst engen hosentasche finden würde schön die plakette die andere seite einfach nur eine schöne knochengriff schale nagelrinne ordentliche federspannung 90 grad klingen stopp schöner klingen anschlagschutz ja für ein leicht kompakten gentleman folder eine ausreichende federspannung und doch recht lang man sieht es ja keine hohe klinge schön lang schön elegant schön schlank hat so ein bisschen was von einem brief öffner lange schlanke klinge fast acht zentimeter also 78 mm und eine sieben zentimeter schneide mit 178 mm länge also kann man im alltag was damit anfangen hinten die übergänge wie viel übergänge hier sind und trotzdem wirklich alles fein sauber aufeinander runter poliert natürlich wieder eine 10 95 kohlenstoff stahlklinge kriegt man leicht nachgeschärft kriegt man sehr schön scharf und bekommt halt irgendwann im lauf des klingen lebens so eine gewisse patina ja schneidet euch mal ein obstsalat damit zusammen habt am nächsten morgen eine schöne patina drauf aber das mögen ja die liebhaber dieser messer sonst würden sie sie nicht kaufen das messer lebt das verändert sich und bekommt seinen eigenen charakter ja nice sauberer stopp klinge sitzt schön mittig also verarbeitungsqualität dieser messer ist wirklich einwandfrei mehr gibt es dazu nicht zu sagen heute wieder ein schönes abschluss bild und dann sage ich ja danke fürs rennen wir werden kommentieren und wir sehen uns morgen wieder hier in diesem kino zu einer neuen folge great eastern cutlery schöne amerikanische klassische slip joint taschenmesser ja gut die meisten gasten hat man immer ein backlog dabei die sind dann schon eher etwas selten nach anzutreffen ok macht's gut bye bye allzeit gute zeit und immer schön mit euch hier reinstecken ok macht's gut bei euer jubilie